Das ist die Geschichte eines jungen Apachen. Euer Häuptling kommt mit leeren Händen zurück. Die Büffel sind ausgeblieben. Was ist mit den Büffeln passiert? Der ein berühmter Häuptling werden wird. Ich will helfen. Sein Name, Venetur. Du bekommst eine Aufgabe. Ich dachte, Vater würde ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe geben. Er denkt vielleicht, du bist noch nicht so weit. Dann werde ich das ihm beweisen. Lass es los, Pferdedieb. Ich wollte ihn doch nur streicheln. Ohne die Büffel werden wir den langen Nachtmahn nicht überleben. Wenn ich wüsste, wo sie sind, mach mich los und ich bring dich hin. Du musst mich zu diesem Top bringen. Er ist ja wohl meistgelobt der Verbrecher des Wilden Westens. Mein Gott. Ich bin wilder Schneller von dir. Kannst du den Gang jetzt? Ich bin ein Dieb. Hört euch ein paar Stunden auf, so. Ernsthaft? Wir werden das Land verlassen. Mein Verstand wollte dem nicht trauen. Doch ich bin der Stumme meines Herzens gefolgt. Oh, ja! Was bedeutet Venetur? Schlecht gelaunter Wolf? Oder vielleicht brennendes Wasser? Hä? Aber Wasser kann doch gar nicht brennen. Oh, yeah! Es ist schön. Untertitelung. BR 2018